Warum mache ich beim Aufwachen eigentlich immer so komische Geräusche? Äh... Aha... Ist der Sachi wach? Sachi? Hm. Ganz nett haben sie es hier. So, jetzt muss ich erstmal unsere Bohrer mir anschauen und will ich bohren. Da ist ein Block runtergepurzelt. Hm. Äh? Alles klar. Noch nicht. Ja. Danke. So. Sachi? Hallo. Guten Morgen. Ja. Ja. Guten Morgen. Du bist fleißig am... Natürlich. Wir müssen ja mal ein bisschen zur Vertretigung auf Vordermann bringen. Äh... Es ist ja eh schon ein bisschen mehr geworden. Ähm... Ich... Wir brauchen Nickel. Wir brauchen Nickel. Dringend. So... Ich... 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 Wieder nicht. Und so... Und so... Ich... 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 Nichts. 1... 2... 3... 5... 6... Hab ich 6 gebaut? Ja. Ja. Sari, erzähl mal was. Nee, was soll man sagen, ne? Ist gar nicht so einfach mit den Turrets hier. Ja, wenn es keine Vorgefertigten sind... Ich komme nicht mehr raus. Dann ist es blöd. Dann gab es vor auch schon ein paar Unfälle mit den Turrets. Haben sie sich selbstständig gemacht? Einen Kommentar. Sehr schön. Oh mein Gott. Da crouch ich nicht mehr runter. So. Oh. Ah, das wird sich nicht ausgehen. Den muss ich einfach vorne setzen. So. Achso, das geht allgemein nicht wegen dem Bohrer, oder? Ah doch, schon Angst gehabt. So, weil dann geht es sich hinten mit der Dreier-Dings aus, dann hören die sich nicht gegenseitig weg. Der hat jetzt auch Geld gemacht, wurscht. Mist, wie alle, das gibt es nicht. Hab ich echt schon ein paar? Ah, diese Raidboxen. Hat er die jetzt genommen? Ne, hat er natürlich nicht. So, dann noch das holen und dann müsste der ja soweit fertig sein. Ja, 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 genau. Mein Moos. Die gehören in die... Da rein. Da rein. Ja. 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 Spleck. Den Farbcode brauchen wir hier einmal. Sari, sag doch mal was, du bist so ruhig. Ich bin drauf konzentriert, dass ich die Sachen richtig anstelle. Nicht, dass wieder unplanmäßige Geschichten passieren. Ja, ja. Wir wollen ja keine Unfälle haben. Buh, nicht wirklich. Also muss ich sein. Unser Design ist echt schön geworden. Vom Bohrer. Muss ich sein. So. So. das ist ein bisschen besser so das ist ein gestein ok ja ich mach mir lieber gleich einen vernünftigen ausgang ich glaub nicht das voll beladen der der dann noch fliegt nach vorne so das ist gut das ist gut das ist das ist das ist das ist das ist wie weit das ist das ist das ist das ist das ist das ist zwei vielleicht zwei triebwerke das ist der jetzt schon wieder nicht ich hab den glaube ich nicht das habe ich hier aufzeichnen ist da noch drin deswegen geht er nicht abspielen abspielen ich liebe es nicht mehr selber fliegen zu müssen und damit das ist Oh, ich habe doch noch ordentlich Steine verneuert. So kann ich die Triebwerke draufhauen. Jetzt bin ich gespannt. Was er da tut. Drehen wir halt irgendwann einmal gut. Drehen habe ich gesagt. Oh, sieh. Ja. Ja. In die falsche Richtung. Genau in die falsche Richtung gedreht, ja. Warte, der Bär kommt näher, der Bär kommt näher. Jetzt nicht mehr. Frag nicht mich, frag das Tempore. Keine Ahnung, was der gerade tut. Aber am letzten Mal hat es funktioniert. Hä? Hä? Wow. Gut, dass das der Bohrer war. So. Das gibt es doch nicht. Das hat doch vorher tadellos funktioniert. Schauen wir mal. Ja. 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 Ich verstehe es nicht. Ja. 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 Gut, setzen wir das jetzt einfach nochmal. Hm? Recorder? Ja. 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 Wie okay. und kann man das hier einstellen dass der dies gleich anzeigt fahrt auf dem hut anzeigen ist das wieder ein schlechtes wetter es ist ein wahnsinn jetzt wollen wir mal schauen dann noch hier ein hier ein und hier rein. So, dann werden wir den letzten Aktionen konfigurieren. Verbindeln, verriegeln, ich muss das umgekehrt machen, und zwar muss ich da, aber warte mal, das wirft ihr doch, angedockt, habe ich den hier drin, ja, passt, das müsste jetzt passen, hoff ich. Ein bisschen blicken, muss nur viel, so, alles nimmt, und da war ja einer mit viel. So, das war es eh schon. Das probieren wir den nochmal aus, würde ich sagen. Warte. Den guten Algepiloten. Ah, ich weiß, was das Problem ist, das habe ich ganz vergessen. Ich glaube, wir haben kein Triebwerk nach oben, deswegen mag er das nicht so gern mit dem, mit dem Ding, ich glaube, das hatte ich nämlich schon mal ausprobiert. Hmm. 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 Wären wir das nochmal nachrüsten? Hmm. 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 Das war das jetzt. Was? Was was hier von. Bitte nicht, danke. Das leuchtet mir alles viel zu viel. Ich mache das jetzt einfach so, dann mache ich das nochmal hütsch fertig. Hm. Ah, scheiße, mit dem Lauffeld. Ah, diese Jump'n'Run scheiße, ich hasse es. So, da ist der. Das kann ich aber nicht machen, dann fährt das nämlich ab. Ist nicht der Ernst. Scheiße. Ähm, kleine Förderband-Geschichte. So, kann man hier sehen. Da ein hin. Da ein hin. So. So. Das, das. Dann hier hinten die. Das nervt es mich dann hier mit denen. Ah. 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 Ja, ja. Ah. Eine Luft, ich hab schon verstanden. So. Da muss die hier. So. Ja. Sachi. Ja bitte. Rede. Rede mit mir. Bin kurz am gucken, wie ich hier unten noch nen Turut hinkrieg. Hm. Wo unten? Beim Eingang. Hm. Ja. 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 Ich nehm das. Dann brauche ich aber. Oh mein Gott. So. Das hier noch. Sonst wird dort langsam ein bisschen zu gelb. Und dann holen wir den hin. So. oben die aber mir fällt gerade auf, da war ja ein triebwert nach unten wie? wie war ich das hier oben, sonst ist das komisch ja das gibt es auch nicht mach mich nicht wahnsinnig so da muss ich die auch wieder in die Gruppe packen in Pora Triebwerke speichern dann zeigen aus das ist das das ist das das ist das